So, wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zu einer neuen Folge Minecraft. Ich begrüße euch herzlich hier an euren Bildschirmen da draußen. Wir starten jetzt hier direkt mal mit dem Spiel und gucken mal so wie es läuft. Erstmal jetzt noch ein bisschen so, aber ich bin direkt vergesprungen. So, wir wollten ja hier mal ein bisschen so gleiche Ebene machen. Können wir jetzt noch direkt weitermachen. Jetzt, was das praktisch nach ist. So, jetzt kann ich erstmal hier mal ein bisschen weiter machen. So, ich bin vorschlagen, dass wir jetzt erstmal Stein holen gehen. Ich habe noch genug Stein, aber ab und vor allem kommt eigentlich Holz und Leder. Ich meine, die werden wir direkt mal unterbringen. Dann werden wiramente hier mal reinmachen. Hier a surplus will ich keinen Film. Buch ist falsch. die gestern von dieses wasser kacke geworden mag das nicht er hat auch mit jetzt nicht ein bisschen besser aus man ja so ist perfekt unser nein sie war nicht reich und man ist ja anfangs mich in und das für mich so auf die Verboten ist noch viel viel heute unsere Eisenachst der komplett auf Eisen umgestiegen da und werden werden immer ein bisschen Holz abmachen gehen ich weiß das letzte Play wird jetzt wieder ein bisschen erst mal wieder langweilig weil wir jetzt Holz abmachen gehen das ist für niemanden spannend ist für mich auch ein bisschen langweilig und lästig aber ich will bei mir wieder mal ein neues Haus bauen auf alle Fälle machen das mit unserem Dorf mal wieder ein schöner aussieht bei Blöcken der Klinge würde ich mich auch mal freuen ich würde mich auch mal freuen wenn ihr mir Bauvorschläge schreiben würde in die Kommentare das 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 eigentlich brauchen wir die klar und keine Holz die die Kühn die müssen auch noch bisschen sammeln durchschritten und die Schiedler was meinten ich könnte da uns ein kleines äh Hafenhaus bauen das heißt wir sind kein Mischen ich muss noch ein bisschen Weißen holen um sie zu füttern so ok alles klar so hier 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 reinkommen da aus eigentlich da das kann halt eben automatisch rein ja ich habe aber jetzt auch wieder EP bekommen das ist gut dass ich mal irgendwie kann ich wollte ich kann das mal das kann ich mal ein bisschen größer machen so jetzt haben wir Hartz 2 ist gut ich will erstmal nachkommen mit Hartz 2 ich will jetzt irgendwie Leder bekommen da ein Leder ich will jetzt irgendwie Leder bekommen da ein Leder diesen Eichel ist schon voll ich nicht das ist ich werde nochmal eine Kür suchen weil die Kür gehen wir mal so langsam aus sie ein bisschen mehr umkündig gemacht wenn ich Papier habe die Papier habe ich auch nicht so ja müssen wir mal Papier an im Papier Zügerohr, darauf machen wir Papier müssen wir hier unten dran machen so das reicht ja nicht ganz so machen wir den Fässer erstmal weg so können wir wegmachen so müssen wir hier drun dann müssen wir hier drun dann müssen wir hier drun dann eben halt Papier machen hier und das Leder müssen wir hier Papier machen so und dann Bücher kann wieder ein Bücherregal machen oder mehr oder mehr kann auch nur eins, zwei, eins ein Bücherregal und dann nehme ich das Bücherregal tun das hier rein werden wir erstmal wieder bissen ab 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 die und da können wir uns unser Essen unser Essen ab lagern und viel Leder spielen die Annoten weil es nicht relativ genug Kümkulmann schöne Blockete bauen ich kann auf jeden Fall nicht mehr für die Mitte bauen Kinsachsburg und Nils hier auch schon so gehen haltbarkeit es gibt es nicht mit ihm kann ja unterliegen aber aber ich bin dass es jetzt hier ein anfangs ist erst mal nichts großes an weil ich bin ich auch mal wieder stein haben nicht mehr gebäude kommen kann bau macht am meisten Spaß abbauen am wenigsten Spaß ich bin stark noch ich würde mich freuen wenn ihr euch meine anderen wie ich angucken auf meiner Homepage vorbeischaut wenn man eine andere ich freue mich wenn ihr sie kommentieren und bewerten aber meistens würde ich mich freuen wenn ihr mich abonnieren dann sage ich einfach hiermit tschüss bis zum nächsten mal und dann werden wir in der nächsten Folge dann wieder prudeln gehen